Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Ado Battlelands. Heute spielen wir mal wieder weitere Runden Battlelands und with Kalash, also Trixus Gaming, Entschuldigung. Der hier gehört mir und du bald auch. Gut, beide haben sich easy gekillt. Jetzt müssen wir nur sorgen, dass sie uns nicht entkommen. Mein Aim ist zur Zeit ganz schlecht schon. Was? Und hat Kalash, hat gerade Kalash eine goldene Ska? Oh yeah. Okay, wir sollten hier mal nicht unsere ganzen Shots verschießen. Und die goldene Schlange ist auch wieder am Start. Drei Kills schon, let's go. Let's go. Ein Double Kill war hier gleich auch am Start, aber okay, okay. Jetzt wird's schwer, jetzt wird's schwer. Yes, let's go. Den Kill haben wir hier auch easy. Okay. Dann geht's jetzt hier wieder weiter und diesmal ist Trixus Gaming in der Spitze. Okay. Oh, fünf Kills und das leben 21 Leute. 21 people lives and... Und wir haben einfach mal fünf Kills davon. Nice. Oh, okay. Thank you. Thank you. Thank you. Come Kalash, you are empty, Bruna. Oh, okay. Oh! Okay! Mein Elm gerade! Nein! Nein! Ja! Yes! Let's go! Let's go, Leute! So ist das Ganze recht! Oh yeah! 869 Schaden mal easy! Easy, Guys! Wenn wir jetzt sehen, nur 481 Leute gerade online hier in Asien. Aber in Asien sind auch Gegner ganz low. Okay, ähm... Keller spielt jetzt nicht mehr. Dann beenden wir hiermit jetzt auch das Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal AroBadlands! Und sommet Tschüss! wäricas